Haben wir nicht alle mal gelernt, Kaltwäsche wäscht nicht richtig sauber? Aber stimmt das noch so? Wir räumen mit den überholten Vorurteilen auf. Tatsächlich hat es enorme Vorteile, Wäsche bei niedrigen Temperaturen zu waschen. Dadurch kannst du zum einen deine Kleidung schonen und zum anderen viel Strom sparen. Zudem erhöht man die Waschleistung der verwendeten Waschmittel. Viele Waschmittel enthalten Enzyme, die bei niedrigen Temperaturen sogar besser arbeiten. Eine normale 60-Grad-Wäsche verbraucht etwa eine Kilowattstunde Energie, eine 30-Grad-Wäsche hingegen nur ein Drittel davon. Denn je höher die Maschine das Wasser für den Waschgang erhitzen muss, desto mehr Strom verbraucht sie. Wäschst du deine Wäsche aber zum Beispiel mit 40 statt 60 Grad und dafür etwas länger, kannst du dich über das gleiche Waschergebnis freuen und gleichzeitig bis zu 50 Prozent Strom sparen. Moderne Waschmaschinen arbeiten außerdem wesentlich effizienter. Daher reicht die Kaltwäsche oft aus, um Verschmutzungen zu entfernen. Und moderne, kaltaktive Waschmittel entfernen unangenehme Gerüche oder leichte Verschmutzungen auch schon bei niedrigen Temperaturen. Mit den folgenden fünf Tipps gelingt die Wäsche bei niedrigen Temperaturen. Wäsche kann nicht nur nach Farbe, sondern auch nach Verschmutzungsgrad sortiert werden. Für leicht und normal verschmutzte Wäsche reichen zum Beispiel 20 Grad aus. Flecken können für ein optimales Ergebnis gezielt vorbehandelt werden. Die Trommel sollte richtig befüllt sein. Zu wenig Wäsche beansprucht den Stoff stärker. Eine Überfüllung mindert die Waschwirkung. Von der Größe der Trommel hängt schließlich auch die Dosierung des Waschmittels ab. Die Faustregel lautet, es sollte immer noch etwa eine Handbreit Platz in der Trommel bleiben. Auch wenn du bei niedrigen Temperaturen wäschst, musst du nicht mehr Waschmittel verwenden. Auf der Anleitung der Verpackung gibt es Hinweise zur Dosierung bei unterschiedlicher Verschmutzung, passender Temperatur und dem Härtegrad des Wassers. Bei älteren Waschmaschinen sind 30 Grad oft die niedrigste Waschtemperatur. Leicht und normal verschmutzte Wäsche kann hier auch im Feinwaschprogramm gewaschen werden. Auch das senkt den Energieverbrauch. Nach dem Waschen sollte die Wäsche möglichst schnell aus der Maschine zum Trocknen aufgehängt werden. Aus hygienischer Sicht ist es nämlich viel wichtiger, dass die feuchte Wäsche schnell trocknen kann. Idealerweise an der frischen Luft durch Sonne und Wind. Grundsätzlich empfiehlt es sich, alle drei Monate die Waschmaschine mit einem Hygienereiniger zu säubern. Davon verschwinden nicht nur unangenehme Gerüche, auch die Leitung wird von Kalk, Schmutz und Textilresten befreit. Aber wird überhaupt noch heiß gewaschen? Ab 60 Grad werden Keime in der Waschmaschine abgetötet. Daher ist eine 60-Grad-Wäsche einmal im Monat sinnvoll. Sollte jemand im Haus bakteriell oder viral erkrankt sein, ist es ebenfalls sinnvoll, bei 60 Grad zu waschen. Dennoch gilt, Kaltwäsche schont Umwelt, Kleidung und Geldbeutel. Einfach mal ausprobieren! Fragen, Erfahrungen oder Tipps rund um die Kaltwäsche? Ab damit in die Kommentare! Untertitelung des ZDF für funk, 2017